Ich studiere angewandte Mathematik. Das ist ein Masterstudiengang. Der Aufbauende ist auf dem Bachelorstudium Technische Mathematik. Wenn ich das Studium mit drei Worten beschreiben müsste, wäre es auf jeden Fall zeitintensiv, sehr kompliziert und komplex, aber auch sehr familiär. Am Anfang des Studiums ist es sehr intensiv, sehr vollgepackt mit Vorlesungen. Du hast auch viele Übungen zu den Vorlesungen, die du vorbereiten musst. Und dann sitzt du meistens den ganzen Tag auf der Uni, gemeinsam mit deinen Studienkollegen. Deshalb habe ich auch gemeint, es ist sehr familiär, weil du wirklich gemeinsam zusammenarbeiten musst, um die Probleme zu lösen, die du bestellt bekommst. Also in der angewandten Mathematik im Vergleich zu anderen Richtungen geht es wirklich um die Anwendung. Du hast viele Anwendungen aus der Naturwissenschaft. Du versuchst Phänomene aus der Naturwissenschaft zu beschreiben mit verschiedenen Gleichungen und diese dann auch zu berechnen. Und die Schulmathematik, das, was du in der Schule lernst, das ist das Werkzeug, das du mitbekommst. Das musst du können im Prinzip. Das wird aber auch hier nicht mehr wiederholt oder so. Mit dem arbeitest du einfach. Aber die Mathematik an sich, an der wir arbeiten, ist dann etwas ganz anderes eigentlich. Viel komplexer und ist nicht nur dieses Rechnen, sondern es geht vielmehr um logische Schlussfolgen. Ein großer Traum war früher immer an der Kernfusion zu arbeiten. Ich sage also, ich bin ein Denker, aber am Ende ist jetzt auch sehr impulsiv. Sportlich, sonst gehe ich sehr, sehr gerne reisen. Sehr extrovertiert. Ich stehe gerne von Leuten, ich rede gerne mit Leuten, ich gehe gerne hinaus, gehe auch Leute zu. Und ich liebe es, mich sehr gut zu challengen.